. 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 Boah, es reicht. Nadir Stecher ist Bademeister. Das ist so, wie das der letzte Nacht bei ihr war. Schon fertig mit der Arbeit? Scheiße! Ich hab ein Buch geschrieben. Der Verleger findet's scheiße. Der kommt morgen vorbei, um's mir in die Ohren zu hauen. Wie soll denn dein Buch heißen? Club Sandwich. Club Sandwich? Scheiße. Ist doch ein guter Titel. Club Sandwich? Hab ich's mal lesen darf? Auf keinen Fall. Versteh mich nicht falsch. Ich hab's doch schon. Die ist ja nett, die Nadja. Ja, sie macht sich Sorgen. Worüber macht die sich dann Sorgen? Wegen der Waldbrände. Das ist Asche. Das ist Asche. Macht Angst, oder? Ja. Merkst du irgendwas noch? Siehst du irgendwas, was um dich rum passiert? Felix meinte, dass heute Nacht das Meer leuchtet. Ich find das Meer noch ein bisschen gruselig. Ja. Dann, ich verleih elaborieren Untertitelung des ZDF, 2020